Ja hallo hier ist wieder Klaus. Das ist mein gerade gemachter Power Spussy. Ich versuche jetzt durch Kammerwechsel immer mal wieder die Position zu ändern und den Shot nicht zu lange zu machen. Das ist mein Table 26. So und dann schauen wir mal. Mein Blog muss das Datum von heute eintragen. Dienstag der 19.6.18. Wir haben gleich 12 Uhr. Also trage ich mal 11.30 Uhr auf. Und 5 Uhr down. Und ich habe schon ein Power Spussy gemacht. Und ein USB. Und zwei Videos. Und Videografiert. Wie hier das. Mit D. Videografiert. Punkt. Ja. Das war es schon von hier. Und Schluss war Wiedersehen. Und dann haben wir. Ja. Gestern habe ich 12 Videos geschafft. Das war ein Rekord. Und zwar dass ich meine Haupttätigkeiten am Tage, dass ich die versuche visuell festzuhalten. Und da bin ich schon auf 12 Stück gekommen. Heute versuche ich mal als Neuerung meinen Umgang mit dem Tablet. Also das war der Blog. Jetzt gehen wir zu den Notizen. Bei den Notizen habe ich eine To-Do-Liste für heute. Da sind immer so 10 bis 15 Positionen, die ich dann abzuhalten habe. Heute steht an. Bewegung. Abdessen. Ergometer. Zweimal Video. Stockmann. Einkauf. Handeln. Kniebeugen. Move. Spirulina. Musli. Power Smooth. Sieht perfekt. Und ja. Power Smooth. Kann man das schon mal abhaken. Und äh. Der Spirulina-Misch. Die haben wir auch schon vorbereitet. Dann kommt er nachher zwei Teile dazu. Ja. Das war das. Dann haben wir eine Einkaufsliste. Da stehen da auf Äpfel, Zwiebel, Soja-Misch. Hier fehlt nichts. Ich möchte ein, dass er jetzt noch dazu käme. Und für meine Videoliste des Tages sind auch zwölf Stück drauf. Spirulina-Drunk. Tageswort. Power Smooth. Kann man schon mal abhaken. Und ähm. Müsste sie ja zur Hälfte. Ja. Ja. Das war's dann schon von hier. Und ähm. Dann nehmen wir einen Entwurf und das war's dann schon. Dann wieder an. Dann bekommen wir einen Mittal aus. Das sagt mich. Wiese ich eigentlich nicht so. Machs. Wir leben auf einen Consumer.